Hallo und herzlich willkommen! In diesem Video werden wir eine Kategorie und einen Artikel in unseren Webshop online stellen. Wir öffnen die Kategoriedetails mit einem Doppelklick und wählen im Bereich unten rechts den Webshop aus, für den wir die Kategorie aktivieren möchten. In unserem Fall also JTL-Training. Wir haben in den Kategoriedetails die Möglichkeit genau zu steuern, ob alle Unterkategorien oder nur die Artikel der ausgewählten Kategorie online gestellt werden sollen. Wir wählen alle Unterkategorien und Artikel aus und klicken auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen. Wir erkennen anhand der grünen Farbe, dass der Artikel für den Online-Shop aktiv geschaltet ist. Wir öffnen mit einem Doppelklick auf den Artikel die Artikeldetails. Unten rechts wechseln wir auf den Reiter Webshop. Hier erhalten wir eine Übersicht, in welchen Webshops der Artikel online ist. Wenn wir hier den Haken aus dem Kontrollkästchen entfernen würden, wäre der Artikel wieder offline geschaltet. So können wir genau steuern, welcher Artikel in welchem Shop angezeigt werden soll. Da wir den Artikel online lassen möchten, lassen wir auch den Haken aktiv und klicken auf Speichern. Um den Artikel zum Shop zu senden, machen wir einen Webshop-Abgleich. Dafür klicken wir oben in der Kontrollleiste auf Webshop. Wenn der Haken bei Zusammenfassung Anzeigen gesetzt ist, erhalten wir nach einem Klick auf Starten eine Übersicht darüber, welche Daten mit unseren Shops ausgetauscht worden sind. Unsere Kategorie Netzteile wird im Webshop angezeigt. Mit einem Klick auf Netzteile wird auch direkt unser Artikel angezeigt. Derzeit ist der Artikel ohne Lagerbestand online. Wir arbeiten allerdings mit Lagerbeständen und möchten diese Einstellung auch auf den Shop übertragen. Daher öffnen wir die Artikeldetails in JTL-Wawi. Hier aktivieren wir den Punkt Mit Lagerbestand arbeiten. Wir gehen in einem anderen Videotraining genauer auf die Lageroptionen in JTL-Wawi ein. Für unsere Zwecke reicht diese Einstellung erst einmal aus. Mit einem Klick auf Speichern schließen wir die Artikeldetails. Jetzt müssen wir diese Änderung an den Webshop übertragen und führen daher wieder einen Webshop-Abgleich durch. Jetzt wird unsere Kategorie allerdings gar nicht mehr angezeigt. Das liegt daran, dass unser Artikel zwar mit Lagerbestand arbeitet, aber wir noch einen Lagerbestand von 0 haben, sprich wir haben diesen Artikel noch gar nicht auf Lager. Daher wird der Artikel im Shop nicht angezeigt. Und da sich in unserer Kategorie Netzteile auch nur dieser eine Artikel befindet, wäre die Kategorie leer und unser Webshop zeigt standardmäßig keine leeren Kategorien an. Wir lösen dieses Problem, indem wir Überverkäufe erlauben. Dafür gehen wir wieder in die Artikeldetails und aktivieren hier die Option Überverkäufe ermöglichen. Auch hier speichern wir wieder und gleichen wieder mit unserem Webshop ab. Jetzt, wo wir Überverkäufe im Webshop erlauben, wird uns wieder unsere Kategorie und unser Artikel angezeigt. Nachdem wir im Lager waren, wissen wir, dass wir den Artikel noch zehnmal auf Lager haben. Wir machen einen Rechtsklick auf den Artikel und wählen den Menüpunkt Wareneingang. Im Feld Menge tragen wir die Anzahl ein und klicken auf Übernehmen. In der Buchungsübersicht klicken wir auf Buchen und damit ist der Wareneingang abgeschlossen. In der Artikelliste wird uns der Lagerbestand auch schon in der Spalte Bestand angezeigt. Wir öffnen die Artikeldetails. Auch hier wird uns der Bestand angezeigt. Wir entfernen den Haken bei Überverkäufe ermöglichen und speichern. Wir gleichen wieder mit dem Webshop ab, um die geänderten Einstellungen an den Shop zu übertragen. Wir sehen, dass der Artikel noch im Shop aktiv ist. Da wir einen Wareneingang gebucht haben und keine Überverkäufe erlauben, kann der Artikel jetzt zehnmal verkauft werden. Sobald der Lagerbestand in JTL-Wawi auf Null fällt, wird der Artikel wieder offline genommen. Egal ob der Bestand aufgrund von Korrekturbuchungen, Shopbestellungen oder Verkäufen bei eBay Amazon reduziert wird. Mit diesen einfachen Schritten können wir also steuern, welche Artikel in unserem Shop gezeigt werden und welche nicht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, Sie in unserem nächsten Videotraining zu begrüßen.